Guten Tag, mein Name ist Pierre Nierhaus. Ich bin Trend-Experte für Hotellerie und Gastronomie. Ich selbst habe für 25 Jahre 13 Gastronomie-Betriebe in der Spitze geführt mit 400 Mitarbeitern. Ich glaube, ich habe viele schlimme Situationen und kritische Situationen erlebt. Dass ich diese nicht mit all meinen Betrieben erlebe, bin ich ein bisschen froh. Ich glaube, das ist die schwerste Herausforderung in der Branche, die wir je hatten. Es geht ja bald wieder los. Wir in der Gastronomie und Hotellerie haben am meisten gelitten. Wir haben als erstes zugemacht, wir machen als letztes auf und wir haben unglaublich komplizierte Auflagen. Es geht los, je nach Branche und Gattung innerhalb unserer Branche und je nach Bundesland etwas unterschiedlich. Natürlich müssen Sie gewappnet sein. Sie haben wahrscheinlich von der DEHOGA die entsprechenden Hygienepapiere gesehen. Was ist alles zu tun? Sie haben es von Kollegen gehört. Aber informieren Sie sich wirklich noch weiter. Was passiert zum Beispiel in anderen Ländern? Wie ist die Erfahrung der ersten Tage in Österreich? Oder wie schwierig ist es geworden, zum Beispiel einfach zum Friseur zu gehen, wo Nichtplatzierte erstmal draußen warten müssen, wo die Jacken nicht abgenommen werden dürfen und so weiter. Das heißt also, lernen Sie von denen, die schon die ersten Öffnungserfahrungen haben und lassen Sie sich entsprechend gut natürlich auch ausstatten. Dieser Blog ist auf der Seite von Vega. Vega auf der Webseite hat ein tolles Magazin mit vielen, vielen Tipps auch, was jetzt zu tun ist wirtschaftlich zur Eröffnung, aber auch was man für Utensilien braucht, die einmal ein bisschen helfen können. Das alles ist wichtig, aber entscheidend ist auch die Soft Facts und da würde ich gerne in fünf Punkten Ihnen heute was erzählen. Der erste und sicher wichtigste Punkt ist, schaffen Sie Vertrauen. Die Gäste sind jetzt Wochen, Monate lang nicht mehr bei Ihnen gewesen, sind verunsichert, was Sie dürfen, was nicht, würden hoffentlich gerne zu Ihnen essen kommen, aber erklären Sie Ihnen auch, was zu tun ist. Das ist vielleicht sinnvoll mit einem Schild draußen, was Sie alles machen, mit einem Tisch, mit Hygienemaßnahmen, Masken, die Sie schenken und mit Erklärungen, die Sie geben. Vielleicht sogar, dass das Essen unter einer durchsichtigen Glosch serviert wird, dass man Vertrauen einfach zu Ihnen gewinnt, dass Sie genau das Signal geben. Sie wissen, worauf es ankommt und Sie kümmern sich um die Gäste. Der nächste Punkt ist die Kommunikation. Wir werden in den ersten Wochen lange nicht unseren Umsatz erreichen. Wenn wir es nach ein, zwei Monaten schaffen, 50 Prozent unserer Umsätze hinzukriegen, ist das gut. Aber wichtig trotz allem, das ist, dass vom ersten Tag an Ihre Gäste wissen, dass Sie wieder da sind. Machen Sie noch schnell eine E-Mail-Aussendung, setzen Sie Informationen auf Ihre Webseite, gucken Sie, was bei Google Maps über Sie im Netz steht oder machen Sie vielleicht noch schnell einen Flyer für die Nachbarschaft oder gehen Sie singend durch die Straßen mit Ihrem Team. Alles ist gut, dass man einfach weiß, Sie sind da. Machen Sie auch einfach gute Kontakte. Der nächste, dritte Punkt ist Wirtschaftlichkeit. Klar, nur jetzt wird es alles komplizierter. Warum machen Sie Dinge, die kompliziert waren, nicht einfacher? Specken Sie in Ihrer Speisekarte ab. Haben Sie eine kleinere Auswahl an Getränken? Gucken Sie noch mal nach, was verkauft sich, was hat einen guten Profit und was nicht. Die Menschen heute wollen eher eine kleinere Auswahl, aber die Gewissheit, dass es frisch ist, dass es gut ist, dass es schmeckt, dass Sie persönlich frisches Essen kochen oder Ihr Küchenchef und dass man sich auf Sie verlassen kann. Also vereinfachen in allen Prozessen Speisekarte kleiner, wo immer Sie können. Die neuen Regeln sorgen dafür automatisch, dass es komplizierter wird. Und damit erschwert es natürlich unsere Wirtschaftlichkeit. Der vierte Punkt Soft Facts ist, seien Sie freundlich. Das werden Sie denken, bin ich doch eh. Ja, aber innerhalb der ganzen Gastronomiebranche, die kleineren, die individuellen, ob es Gastronomie oder Hotellerie ist, wir haben die echten Gastgeber zum Anfassen. Da ist jemand, der hat eine Story, der hat es gegründet, der hat es erfunden, der kocht selber. Seien Sie freundlich, seien Sie ein guter Gastgeber. Nutzen Sie die Dinge, die unsere USPs und Pluspunkte sind, gerade jetzt. Über echt freundlich habe ich ja gerade ein Buch geschrieben. Das heißt auch echt freundlich und hilft mit der Kraft der Gastfreundschaft, jedes Projekt erfolgreich zu bewältigen. Dieses freundlich sein heißt vor allem aber auch geben, das freundlich sein heißt aber auch kümmern. Nicht das typische Gastrolächeln, aber gerne, sondern wirklich dem anderen zeigen, dass man ihn mag, dass man sich um ihn kümmert und dass wir froh sind und glücklich, dass wir wieder Gäste haben und dass der Gast gerne Gast ist. Der letzte Punkt hat auch mit Freundlichkeit zu tun, der fünfte, nämlich sind Sie freundlich zu Ihren Mitarbeitern. Die müssen Sie natürlich informieren, was zu tun ist. Sie müssen sich aber auch um sie kümmern, dass auch die Mitarbeiter ein sicheres und gutes Gefühl haben. Freundlich behandelte Mitarbeiter bringen die Botschaft der Gastfreundschaft zum Gast. Für mich gibt es grundsätzlich keine Kunden, Patienten, Klienten. Für mich sind alles, alles Gäste. Der Service-Mitarbeiter ist ja auch der Gast der Küche. Und wenn ich mit diesem Gedanken das Lächeln des Kochs zum Gast bringe, dann mache ich alles richtig. Diese fünf Punkte sind wichtig. Vertrauen schaffen, Kommunikation schaffen, Wirtschaftlichkeit, vielleicht auch durch Einfachheit, Freundlichkeit, Gastgeberschaft und als letztes genauso freundlich und als Gäste die eigenen Mitarbeiter behandeln. Und dann klappt es auch sicher mit der Wiedereröffnung. Dass noch viel zu tun ist, ist klar. Wir sind wirklich in der tollsten Branche der Welt und erstmals hoffe ich, dass wir auch etwas gehört worden sind. Die tollen Aktionen, die viele Gastronomen gemacht haben, den Nachbarn helfen, der Polizei, den Sozialkräften helfen. Etwas billig abgegeben, umsonst abgegeben, sozial unterstützt. Wir haben auf der anderen Seite viele Aktionen gesehen. Aus Dresden kommen die Aktion Leere Stühle, die bundesweit durch den Leaders Club promotet wurde. Und wir haben auch schon etwas erreicht. Aber die 7% für ein Jahr nur auf Speisen ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Die 7% müssen auch für Getränke, vielleicht nicht für die Alkoholischen gelten, aber nicht für ein Jahr, sondern für zwei, für fünf oder eigentlich für immer. Denn warum, verdammt nochmal, kostet im Supermarkt Essen 7% und bei uns 19%. Das kann nicht angehen. Jetzt ist ein erster Schritt gemacht, aber der muss auch Beständigkeit haben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, ganz schnell viele Gäste und ganz schnell auch Wirtschaftlichkeit. Machen Sie es wirklich sich ein bisschen einfacher. Mit der gewonnenen Zeit kümmern Sie sich um die Gäste. Das Leben ist ab jetzt kompliziert genug. Alles Gute. Bis bald. Ich wünsche Ihnen das Allerbeste. Pierre Niaus. Ich wünsche Ihnen das Allerbeste.